Heute Mobile Gameplay, das neue PUBG ist draus, also bleibt dran. Hallo zusammen, herzlich willkommen bei der letzten Folge der Playstation von der Season 1. Mein Name ist Raul. Nein! Mit mir ist Michel. Ja, hallo zusammen. Was spielen wir heute? Ja, PUBG Mobile. Am besten schauen wir doch rein. Wir haben das jetzt mit dem iPhone und mit jeglichem Android. Tencent Games sind die Entwickler von diesem Spiel. Oh, wir gehen gleich mal rein. Die Steuerung ist, was sagst du zu der Steuerung? Ja, für ein Mobile Spiel ziemlich gut gelungen, finde ich. Definitiv. Man sieht die Vereinfachung. Schießen ist schwierig. Schießen ist echt schwierig. Aber es ist ziemlich einfach. Also hier mit dem linken Knopf geht man. Mit der Faust schlägt man natürlich. Hier unten drei liegt man, sitzt man und springt oder klettert. Das ist dieses Vaulting. Was es natürlich auch gibt bei dem normalen PUBG. Und auch die Map ist ja, es ist zwar die Original Map eigentlich, aber Häuser etc. sind etwas angepasst. Genau. Aber um einfacher zu looten. Wohin wollen wir? Gleich mal runter. Mit dem Joystick nach unten fliegt man steil. Das Auge ist wie alt beim Computer. Man fliegt in die gleiche Richtung, kann aber alles andere anschauen. Du gehst Kaffee. Uh, da kommt gleich jemand bei dir im Kaffee. Echt? Hier sieht man, nimmt automatisch auf. Ich kann es auch anklicken. Gehen Helm. Anhelm. Ja, es wird geschossen. Hier. Kletter. Geht ganz einfach mit der Hand. Geht wirklich ziemlich geschmeidig. Rucksack. Weste. Ich habe nur eine Schrotflinte bis jetzt. Oh, hier ist einer direkt bei mir. Ich habe nur eine Pistole. Ja, ich bin am weglaufen. Ich habe noch. Aber echt, also. Ich hätte es mir nicht so gut vorgestellt. Aber das sind diese Tenzing Games. Also jeder, der sich auskippt. Oh, der jagt mich. Hab ihn. Hab ihn. Easy. Easy. Komm mal zu dir. Wo müssen wir eigentlich hinten? Das habe ich jetzt gar nicht. Bist du drin? Bist du drin? Mittendrin. Statt nur dabei. Hier. Oh, hier sind zwei bei mir. Im Haus drin ist einer. Ich komme. Ich komme. Ich habe einen gekillt. Kopfschuss. Hier drin ist noch einer, meine ich. Ausgenockt. Oh, oh, oh. Auf dich? Auf mich. Raussen. Außen, außen, außen. Ich renne mal weg. Ich mache ihn ein bisschen wütend. Ich habe einen Kollegen gekillt. Der ist drin. Der kommt drin. Drin ist er. Ist er drin bei mir jetzt? Unten, unten. Nein. Oh, oh. Scheiße. Hast du ihn? Nein! Ich komme hoch. Ey, das ist im Nahtraum. Bist du ganz oben? Ja, ich bin oben rausgegangen. Ich bin ganz oben. Ich habe ihn. Danke für die Hilfe, Raul. Danke. Richtig cool. Danke, danke. Sorry. Ich hatte nichts. Ich konnte nichts tun. Junge, Junge, Junge. Junge, Junge, Junge. Also, wir haben natürlich schon sehr stark gestartet. Wir können noch ein bisschen weiter looten. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich gehe mal auf die andere Seite. Autos gibt es wie im normalen Spiel. Ich finde die Steuerung ziemlich geil. Von den Autos. Funktioniert echt. Besser wie auf dem Computer. Auf der Strasse, beim Kaffee. Ich komme. Oh. Ich komme, ich komme. Hast du ihn? Ja, ich habe ihn. Weiß. Oh. Dreck getötet. Raul der Vollstrecker. Keine Gnade. Ein cooler Tipp ist das Auge oben rechts. Das ist wie das Alzheimer. Das war der erste Tipp von Raul. Ja. Herzlich willkommen. Raul, äh. Gibt es eigentlich irgendwo, wie, so Tipps und Tricks von dir? Fortnite habe ich ein paar Tipps gratis für euch rausgeschossen. Ich bringe auch ein kleines Buch heraus. Eine kleine gute Nachgeschichte. Eben zu sagen. Ich habe es, glaube ich, jetzt schon viermal angestochen. Bots. Viele Bots. Wir spielen sicher viele gegen viele Bots. Aber es gibt auch einige. Nee, nee. Wir natürlich nicht. Wir spielen sicherlich nur gegen die Besten der Besten. Autorun. Man zieht es nach oben, bleibt und dann ist es einfach, ja, Autorun. Tipp 2.0. Hast du das, das links und rechts beugen schon verwendet? Nee. Erzähl mir mehr. Ja, erzähl mir mehr. Du kannst, es hat da zwei Buttons, mit denen kann man sich nach links und rechts lehnen. Das war's. Oh, oh. Ich werde draschen. Von hinten. Hat's dich? Fast. Oh ja, auf dem Feld, auf dem Feld. Ich sehe den nicht. Hinter der, hinter der Mauer? Ja, ich schaue da hin. Aber, wo denn? Auf dem Feld, auf dem Feld. 210 von mir. Ich glaube, ich muss flanken. Ich triffe den nicht. Ich triffe den nicht. Oh, jetzt, jetzt, jetzt habe ich ja noch gesehen. Boah, ist echt schwierig. Das meine ich. Da bin ich jetzt noch nicht so gut, ne? Wo ist er jetzt hin? Ich muss mich mal heilen. Amen. War der Insta tot? Nee. Jetzt ist er tot. Ich schmeiß glaube ich diese Waffe weg. Ich muss mich mal heilen. Ja. Es ist einfach zu einfach hier, ne? Es ist einfach zu einfach. 49 Sieg leben noch. Wie ihr gerade gesehen habt, das Ziel ist echt schwer. Ja. Das Ziel ist einfach, boah. Aber man muss auch mit der linken Hand irgendwie gehen. Und dann mit der rechten irgendwie zielen. Und gleichzeitig mit dem rechten Daumen natürlich schießen. Das ist halt nicht so optimal. Wah. So geht es dann irgendwie. Was? Nee, ich bin nicht bei dir. Ich höre jemanden. Da ist jemand draußen zwischen uns? Ja, ja, ja. Blau im Container. Was denn? Ja, Armin. Da ist noch einer? Ich. Wow. Gehen wir hin? Ja, Zonen. Da ist jemand. Wo? 30, 30. Beim Heu. Ja. Weit weg? Weit weg. Ah, der ist direkt bei mir. Hab ihn. Junge. War vor dir einer. Ja, hier. Zwischen uns. Ah. Ich vertrete sonst auch gerne wieder alleine die Ehre von GoNation. Hey, ich hab einen Kill. Was ist nie los? Ich hab einen Kill. Ja, aber es ist echt so. Also, wenn man die Gegner... zuerst sieht, dann hat man einen riesen Vorteil. Es geht auch ziemlich schnell. Also, man killt die echt schnell. Ja, ich möchte hier an der Stelle nochmal erwähnen. Hier definitiv keine Bots im Spiel sind. Wir sind einfach viel besser. Ja, wir sind einfach viel besser. Möchte ich einfach noch festhalten. Danke. Jetzt muss das Adlerauge von Raoul hier einfach greifen. Um. Ah. Ja. Ja, ja. Südwesten. Ganz weit. Ich bin gerade am Looten. Es sind zwei. Es sind zwei. Okay. Ey, keine Chance. Es sind drei. Vier. Was? Keine Ahnung. Das ist viel zu weit weg. Ich komme. Ich hoffe, die sehen uns nicht. Da sind noch zwei in der Siedlung. Da sind noch zwei in der Siedlung. Ich warte mal auf dich. Ja, ich habe noch ein bisschen. Geh rein, komm. Da ist einer. Ey, das ist so schwer. Direkt im Haus, oder wo? Links von dir. Da liegt einer. Ich habe Mühe, das springt die ganze weg. Zwei auf offenem Feld noch. Beine? Da ist noch rechts sicher noch jemand. Hab ich auch noch gesehen. Oh, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Ja. Nice. Zauber! Ganz easy, ey. Hast du die andere alle gelootet? Nee, nee. Wir haben ja noch eine eineinhalb Minuten. Wie ihr seht, die Action ist gleich. Wo ist der hin? Komm jetzt! Da hat es ein... Vierfach! Drei vierfachen Handgriff. Brauche ich nicht. 133 Munitionen. Ja, okay, nice. Ich würde sagen, Premiere. Premiere, erster Platz für den Chicken Dinner. Ja. Wie viel leben noch? Elf. Kann ich auch machen. Und jetzt bekomme ich einen Headshot. Es ist so gut umgesetzt. Ihr müsst euch das mal richtig überlegen. Ihr habt einfach ein iPhone, ein Android Handy in der Hand und könnt da einfach spielen. Und... Let's go! Uah! Wo ist das? Komm, hol du. Ich mach mal, Junge! Was hast? Oh nein. Ja, egal. Was nein? Die eine ist so eine komische Waffe. Nachladung. Nachladung. Ja? Irgendwo Schüsse? Was ist das wie eine Waffe? Äh, ich hab doch noch... Ich glaube das ist die Sniper. Die automatische. Wenn ich es richtig gesehen habe. Oh. Hm. Ich würde gerne noch irgendwie ein, zwei nehmen. Ist das jemand? Wo? Nein. Ja, aber hey, komm. Wo sind denn die? Sind die runter in die Shelter oder was? Ah, ich seh ihn. Wo? Ich seh ihn. 330 irgendwo unten. Äh, ich seh ihn nicht mehr. Hinter dem Baum. Nordwesten. Sind die ganz genauen Angaben. 330 irgendwo. Ja. Weit. 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 Jagen, oder? Auf dem Feld. Was? Wo? Oh, gib ihn! Da springt immer noch weg. Welche Richtung ist das? Schön mit ihm. Oh nein. Hinter mir. Oh, oh. Wo, wo, wo? Irgendwo hinter mir. Oh, ja, ich seh ihn. Oh, links auch. Ich hab ein Problem. Hab einen, hab einen hinter dir. Schön, 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 schön. Ich heim mich kurz. Ah, teppen. Wieso? Direkt vor mir. 345. Ein Auto. Hinter uns. Ah, das ist wieder Flugzeug. Verdammt. Direkt vor mir. Schroplinte. Ah, ja. Junge. Ich geh da immer so. Jawoll! Das wird ein Win. Ich spür's. Ich kann nicht hier reinschauen. Ah, hier. Achter. Gilly. AWM. Juhu. Jetzt konzentrieren bitte, Michelle. Immer wieder das Gleiche mit dir. Man sieht halt einfach, taktisch sind wir echt genial. Oh. Ich werd beschossen. Wo? Welcher Richtung? Osten, irgendwo. Oben, Osten. Okay. AWM Power. 105. Wow. Wo ist der? SKS, 105 beim Baum oben. Ich hoffe, der ist alleine. Ja, das fehlt er nicht. Es sind zwei. Einen mit dem Baum und einer noch mehr rechts. Boah! Der kippt mir. Putain. Ah, jetzt seh ich ihn. Einer beim Stein. Beim Stein 120. Ey, ich muss close gehen. Vergiss das. Vergiss das. Hab ihn gehittet, AWM. Mach mal den goldenen Flank. Come on. Du rennst hin. Oh nein! Ich bin völlig weg. Ich weiss nicht, wohin. Oh, ich seh einen. Der hat mich zuerst gesehen. Nein! Ich hab das nicht gesehen, dass er mich gesehen hat. Wo, 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 wo? Beim Stein, beim Stein. Äh, zuschauen. Ah ja. Jetzt. Das ist einfach unmöglich. Boah, die sind gut, die sind gut. Nein! Nein! Ah, schönes Spiel. Muss ja nicht sein, hä. Wir sind einfach unlucky. Wir haben nie Glück. Aber trotzdem. Das. Für eine längere Pause auf dem Klo. Für eine längere Pause. Mittagspause. Alleine während der Arbeit. Warum nicht? Gratis. Da zu loaden. Bei euch im App Store. Play Store. Was auch immer. Falls es euch gefallen hat, bitte gebt uns ein Like, einen Comment. Was können wir verbessern? Was gefällt euch? Was gefällt euch nicht? Bitte kommentieren. Falls ihr live mit dem Spruch bei uns dabei sein wollt. Donation ab 10 Euro. Gibt es ein Shoutout von euch. Also von uns an euch. In unserer Stage. Danke vielmal fürs Zuschauen. Ja. Danke vielmal Michel. Danke auch fürs Mitspielen. Und bis ein anderes Mal. vielmals zum nächsten Mal. Auf geht's, Sprich. Ich kann mich四en bis zum nächsten Mal. Auf geht's, Prich ist nochmal einpoven者 zus çıkarat. Auf geht's, Herr. Auf geht's. Auf geht's, attack's. auf geht's, Wir tegrat's. Auf geht's ja. Auf geht's, Anги-ıpe von 우리�ismo- Aику. Er bush hat mich nicht gut für vérit. Bei euch